Wir beginnen diese Sendung direkt mit folgender Eilmeldung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist zu einem zweitältigen Besuch in der ukrainischen Stadt Odessa eingetroffen. Die Grünen-Politikerin ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in der strategisch wichtigen Hafenstadt am Schwarzen Meer zu Gast ist. Untertitelung des ZDF, 2020